Nein! 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 Eichhörnchen können so niedlich sein! Jetzt ist die Frage, wie lange dauert der Winter? Und ist der jetzt auf der ganzen Insel? So voll auf dem Fuß gerammt, großartig! Ein Tor wäre jetzt noch schön, ne? So, warte, ist denn da jetzt auch ein Eichhörnchen reingegangen? Ist ein Stein? Äh, da ist es! Okay, muss ich auch wieder aufhängen. Das dauert ziemlich lange, bis die getrocknet sind. Na Calvin, bist du jetzt fertig? Na? 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 Hast du? Er sieht zufrieden aus, glaube ich. Also dann sofort, ich trinke! Ich habe getrunken! Aber ja, das ist eine gute Idee! Prost auf euch! Mach ich mal jetzt mal so, ne? Ich kipp einen aus! Prost! So! Okay! Und der Schnee knirscht mit den Füßen! Sehr schön! Mag ich da einen Moment? Noch nicht! So, warte, da muss einer drauf! Und geht das hier? Oh nein, jetzt geht das nicht mehr! Nein! Ich kann da keinen mehr draufsetzen! Mist! Zu schräg oder was? Aber, hm, das ist ja doof! Apropos bauen, lass mal eben gucken! Ähm, nie, das war die andere Seite, ne? Sein, nein, Brücke, Feuerwerks! Oh! Töt! 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 Ach, was! Töt! Ja, okay! Mhm! Hm, und das können wir immer wieder anmachen! Okay! Ich kann ja Standfeuer basteln! Oder haben wir das neu freigeschaltet? Oh, Schädellampe! Achso, das muss ich vorher machen! Okay, das ist natürlich interessant! Ne, das haben wir freigeschaltet! verstärkte Struktur Unterschiede runternehmen einspitzen mit Steinen einen Zaun können wir basteln genial okay und jetzt können wir da einfach halbe Stämme reinstecken dann können wir einen Boden machen okay 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 cool Fenster ja Fenster kann man so reinhauen das habe ich schon gesehen einzelne Stufe oh mein Gott ach herrje das ist ja mal genial die könnte ich vorne auch noch hinpacken dann kann ich besser reingehen ins Haus aha 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 wow okay das ist aber jetzt erst das hatten wir vorher nicht ich habe vorher habe ich schon alles durchgeklickt jetzt haben wir erst diese ganzen Dinge bekommen okay also ich brauche halbe Stämme für die Böden ist das cool Magischer Moment war das eine Aufforderung ist das eine Aufforderung darf ich mitkommen die Klauen aus Holz ja das ist mir schon aufgefallen dass die dass die das dass die das ähm Holz mitnehmen die eine hat einen Stamm weggeschliffen den ich eigentlich braucht ist das magischer Moment warte warte nein die ist eindeutiger die macht dich so okay gut na gut warte ich auf den eindeutigen Moment ähm so äh Axt so weiter die war das aha ich kann halbe Bäume machen kann ich einfach eigentlich vier tragen ich weiß es jetzt kann wow Calvin ich bin so stolz auf ihn ne so lass mal gucken auch lassen ñique ok nie das ist eine stufe nein ich wollte keine stufe warte 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 repente warte äh warte warte das sieht eher nach Boden aus na aber ob das ein Boden wird weiß ich noch nicht Oh Gott warte ok Schön, dass man sieht, was man anwählt. Nein, 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 immer noch nicht. Ne, das ist auch wieder eine Stufe. Ich will aber ja das gar nicht. Okay, vielleicht, ah, es braucht vielleicht ein Gegenstück. Okay, das macht Sinn, alles klar. Okay, so, was ist hier vorne los? Sag nicht, dass den Inselbewohnern auch kalt ist. Ich wollte noch Pfeile basteln, dass wir nicht mal ein Reh jagen können. So, wir haben wieder vier kleine Schnipselsteine. Eins, zwei, drei, vier. Da ist ein Seil. Und eins, zwei. Ich habe ein Seil zu viel gehabt. Alles klar, äh, was ist das für ein Geräusch? Irgendwas? Ach so, das soll, glaube ich, der Schnee auf der Decke sein, alles klar. So, äh, bababa, eine Zeitbombe. Habe ich so viel, dass ich das, oh, da brauche ich wieder ein Klebeband. Oh, nee, das will ich eigentlich nicht. Dann brauchen wir wieder kleine Steine und dann mache ich nochmal Pfeile. Dann müssten wir erstmal genügend haben, dass wir mal auf Rehjagd gehen können. Sag mal, holt Kelvin sich die rohen kleinen Eichhörnchen aus der Falle? Ist das so? Und jetzt setzt er sich da rein? Oh, Kelvin, oh Kelvin. Ich glaube, wir haben ein Problem. So, pass auf. Da rast. Einmal den hier und... Uff! Oh, magischer Moment! Nein. Keine Ahnung, schon mehr. Danke. Warte. Na, ich mache mal die Stufe. Die müsste ich vorne machen. Da fehlt nämlich ganz dringend eine. Okay, das sieht besser aus. Ich mache da jetzt eine Stufe hin mit dem Halm hier. Das ist eine gute Idee. Warte. Da macht er jetzt den Boden rein. Da sollte jetzt... Nicht die Tür! Ich habe die Tür aus dem Anneln gerufen. Nicht die Tür. Nicht die Tür. Alter. Jetzt setzt die Tür wieder ein. Alles gut. Ah, jetzt habe ich das richtig in die Hand genommen. So, ja. Okay, jetzt können wir nämlich... Ah! Oh! Ich muss ja nicht mehr springen. Okay, weil er das Ding stört. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich das da haben will. So, pass auf. Nochmal halbieren. Ja, ja! Ja! So. Lass es mal schauen. Oh. Muss ich das Ding nochmal rausnehmen? Okay. Okay. No. Oh, ich weiß nicht. Hm. Warte, ich nehm den einmal da raus, ups, nicht den, egal, den würde ich da rausnehmen. Jetzt sind aber immer so schräg an, ne, ich glaub so ne schräge Wand kann ich gar nicht machen. Das ist alles voll schräg. Der Raum ist zu groß. Oh, für mich? Ich. Aloe Vera. Dankeschön. Cool. Wir können uns wieder so einen Dingsbums basteln. Ich find den Raum nicht zu groß, ich mag den Raum. Aber es war auch kein besonderer Moment. Na, wir warten einfach nochmal. Alles gut. Okay. Vielleicht sollte ich kleiner anfangen. Ich bin, der Baum ist zu groß. Ich bin, der Baum ist zu groß. Ich bin, der Baum ist zu groß. Ach, es reicht nicht, ich bin zu groß. Ach, da macht der eine Tür wieder draus, ne, aus den Halben, okay. Na, Calvin, da ist gut. Pass auf, du hast jetzt so viel gemacht, ich bin der Meinung, mach Pause. Hast du gut gemacht. Ja, hast super gearbeitet. Ich habe fast vergessen, was du letzte Woche Samstag gemacht hast, aber nur fast. Schön, wie er sich da einfach hinsetzt. Ich bin mit dem Ding echt nicht zufrieden, ne, aber ist auch jetzt erstmal egal. Ich mache jetzt hier vorne ein bisschen weiter zu. Oh, da hätten wir einen Reh. Und wir haben mega Hunger, alles klar. Wir essen auch eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob das noch gut ist. Ist das noch gut? Doch, es ist immer noch dried Fleisch. Alles klar, okay. Und wir müssen mal das Ganze auf andere Fleisch aufhängen. Ja, so ein Spezi, ne. Und man muss sich über die Eichhörnchen aufregen und dann nicht aufhängen. So. Und das können wir mal wegschmeißen, ne. Das will auch keiner mehr haben. Ja, die sind weg, alles war klar. So, Federn. Da ist die Falle wieder ausgelöst. Großartig. Also, ich sag mal so, die grundsätzliche Idee ist gut. Ja, aber man löst die sofort wieder aus. Ah! Das ist gut. Was ist das? Magischer Moment? Ne, sie sammelt sich irgendwie wieder was ein. Ich bin echt am überlegen, das Haus abzureißen und nochmal neu zu bauen, ne. Oder einfach daneben nochmal irgendwie neu zu bauen. Hallo, magischer Moment? Mhm. Oh Gott. Sie ist wie Calvin. Sie ist wie Calvin. Was hat sie gemacht? Hat sie irgendwas kaputt gemacht? Okay, gehüppelt. Ja, das finde ich aber auch noch so raus. Alles gut. Das sind Dinge, die ich noch lernen muss, werde. Okay, bin ich wieder am rumwurscheln. So, ich weiß nicht, wie weit wir dicht machen, ne. Also. Von daher. Nach hinten ist ja auch nicht sicher. So. Vielleicht ein bisschen umpacken. Lass mal überlegen. Lass mal überlegen. Lass mal überlegen. Oha. Oha. Das ist schon ein bisschen knackig. Aber warum nicht? Ich schmeiß es mal in hier rein. Also. Pass mal auf. Ähm. Ganz perfekt gewählt ist der Platz natürlich nicht. Jetzt war der natürlich erstmal wieder auf dem magischen Moment, ne. Vielleicht am nächsten Tag. Aber ansonsten müssten wir auch weitermachen. Und wir sind noch nicht großartig in die andere Richtung, da hinterm Fluss hinter uns gegangen. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen lang. Macht vielleicht dann auch mal Sinn. Joa, Calvin. Mach mal. Wenn du meinst, dass du dich in den Schnee setzen musst, alles gut. So. Weg damit. Das packen wir erstmal hier hin. Das packen wir erstmal hier hin. Dann kann er eigentlich... Boah. Eichhörnchen. Dann kann er eigentlich dann nochmal wieder ein bisschen weiter machen. Jetzt hat er Pause gemacht. Dann kann er auch eigentlich... Wo ist es denn? Ich glaube, das ist immer komplett weg, das Eichhörnchen. Dann kann er eigentlich gleich mal nach der Pause weitermachen, ne. Bäume ab. Dann können wir Bäume fällen. Naja, immerhin gibt's immer Fleisch. Fehler da kaputt. Nichtstören-Modus aktiv. Nichtstören-Modus? Ich hab nichts umgestellt. Wie meinst du das? Wird das angezeigt oder sowas? Warte mal, Schmetterlinge dürften jetzt eigentlich gerade auch nicht da sein. Dann... Äh... Ups. Keine Benachrichtigung. Chat mehr. Ne, ich seh das schon. Aber das ist... Dann hat Stream-Elements Probleme. Einstellungstechnisch hab ich nichts geändert. Dann hat Stream-Elements heute Probleme. Ich glaube, Sis hat letztens auch irgendwas davon erzählt, dass... das Probleme bei ihm gemacht hat. Aber es ist sonst nichts... Hat sich nichts geändert. Also ich hab nichts anderes eingestellt oder sonst irgendetwas. Also wie gesagt, hab ich... Ich hab nichts... nichts dergleichen... gemacht. So. Hallo. Ich find das faszinierend, wie sie sich an uns gewöhnt hat. Ach, schon wieder Eichhörnchen. Alles gut? Ne, ich glaub, er wartet jetzt auf Befehle, ne? Weil wir gesagt haben, er soll eine Pause machen. Er hat eine Pause gemacht und jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Oh, ich hab durch die Falle zu gehen. Ähm, ich wollte eigentlich... Oh, es ist ein bisschen fies, aber... Na, wir müssen überleben. Hallo? Na gut. Na gut. Da muss ich echt mal gucken, wie das... wie man da am besten zählt. Ein Pfeil. Wo ist der andere Pfeil? Oh nein. Ein Pfeil. Hi! Magic Moment. Mhm. Kein Magic Moment. Solange Calvin mir kein Magic Moment anbietet... Da sind noch... Da sind noch Dings geflogen. Oh, drei Stück sogar. Okay. Ja, ist ja gut. Pust, schnauf, mach... Keine Ahnung was. Helpen rottet die Eichhörnchen aus. Äh, macht er nicht. Da geht nur fischen für uns. Was ja auch schon nett ist, ne? So, pass auf. Ähm, nein. Probier das mal aus. So, pass auf. So machen. Und so machen. Dann machen wir jetzt mal ein Viereck. Okay. So, da war noch einer. Ja, ja. Wir sind wieder. Und da ist noch einer. Da fangen wir mal mit dem Boden an. Zack. Zack. So, jetzt haben wir so ein Viereck gemacht. gut. Und jetzt mit Halm. Und jetzt mit Halm. Ne, den Halm wollte ich da mal umfangen. Genau. So, jetzt fangen wir mal an. Wir fangen mal an, Umrisse für ein Haus zu machen, würde ich so sagen, ne? Das heißt, das kann ich eigentlich... Ach, ja. Kann ich die da eigentlich wieder reinsetzen? Kann ich nicht, ne? Ich kann nur eine Tür da wieder draus machen. Okay. Schade. Das war auch kein Halmer, ne? Das war... So, einmal hinpacken. Dann nimm mal die... Axt. Aha, ja. Die Axt. Und... Den hier. Oh, genau so klingt Schnee, wenn... Wenn... Dieses Knacken, dieses Knackengefühl, wenn Schnee sich auf Dinge legt, auf Oberflächen. Das finde ich cool. Oh, wow. Es riecht so... Die Dunkelheit viel über sie. Was macht Calvin dann die ganze Zeit da? Ja. Er ist, glaube ich, echt Eichhörnchen, ne? So, einen haben wir noch. Schade. 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 Und wir gehen durch die Strafe. Schade. 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 Du bist durstig. Ja, ok. Komm rein ins kalte Wasser, um irgendwo trinken zu können. Da. Und dann gehen wir gleich in Speichern und Schlafen. Dann gucke ich mal, ich baue mir jetzt selber was. Ne, man muss ja erstmal so gucken, wie es alles funktioniert. Hab ich hier noch irgendwo was Essbares? Das habe ich gerade aufgehängt, ne? Das müsste essbar sein. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass es essbar war. Hi Calvin. Wir gehen jetzt schlafen. Ich speichere mal eben ab und dann gehen wir schlafen. Was sagt die Uhr? 18.38 Uhr. Das ist viel zu früh zu schlafen. Geh, Calvin. Calvin. Hör auf, Eichhörnchen zu essen. Dann geh. Hohl. Ähm. Stämme. Und fallen lassen. Mach einfach damit weiter. Okay? Was hat sie jetzt? Geschenke? Mitkommen? Alles gut? Hat sie mir jetzt gerade ein Eichhörnchen dahin gelegt? Ich glaube, sie mag uns. Ich glaube, sie hat mir ein Eichhörnchen dahin gelegt. Das ist die nächste Stufe. Ich sag's euch. So. Der ist voll. Ähm. Ich sammle mal die getrockneten Sachen ein, sonst habe ich hier keinen Unterschied mehr. Und das roh hänge ich auf. So. Okay. Das war's. Das will ich nicht aufhängen. Das schmeißen wir irgendwo mal weg. Wo es keiner sieht. Ähm. Ach, wir haben ja hier noch Baumstämme. Pass auf. Dann fangen wir mal eben an, da eine Wand zu setzen. Einmal. Und zweimal. So. Jetzt müsste ich aber doch theoretisch. Calvin, was ist los? Was ist los, Calvin? Ist immer noch kein Magic Moment. Verdammt. Und mit Calvin möchte ich ihn jetzt nicht. Ähm. So. Oh. Oh. So. Genau. Zack. Dann machen wir uns jetzt unsere eigene Hütte. Aber dafür müsstest du... Hast du angefangen? Was ist denn los? Hast du alle Bäume weggemacht oder was? Oh Mann, ihr verdammte Jönchen. Ja, ich glaub, die brutzeln immer komplett weg. Bei der Falle. Dann haben wir ihn doch irgendwo in einem Baum stehen. Nein. Natürlich nicht. Aber ich mein... Calvin ist schon wieder da. Ich... Ja gut, vielleicht verbraucht er jetzt verdammt viel. Ne? Aber es ist Winter. Da muss man ein bisschen mehr essen. Er hat hart gearbeitet. Macht schon Sinn, ne? Okay. Ja, ist gut. Ich speichere ab, hab ich ja gesagt. Und dann gehen wir schlafen. Ich geb dir recht. Und... Oh. Das ist 20 nach 10. Wo ist die Zeit? Dann machen wir sogar für heute Feierabend. Okay. Ich geh schlafen. Speichere gleich nochmal ab. Beim Zelt... Boah. Das ist gleich ein Zelt. Alles klar. Ich speichere nochmal ab. Und dann mache ich jetzt Feierabend. Ich weiß bestimmt am Samstag nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Aber dann machen wir auf jeden Fall Samstag weiter. Weil das macht einfach gerade viel zu viel Spaß. Und wir müssen noch so viel erkunden, ne? Das ist... Ja, ich halte mich jetzt gerade ein bisschen mit dem Basenbau auf. Aber ich finde, das gehört mit dazu. Zeit ist ausverkauft. So, gespeichert hatten wir. Ja. Alles klar. Ne, das machen wir definitiv Samstag weiter. Unbedingt. Unbedingt. Ich hab da mega Lust zu. Das ist... Es macht wahnsinnig viel Spaß, das Spiel. Okay. Und... Ich hab extra auch noch nicht einen zweiten Spielstand oder sowas erstellt für mich. Hallo? Okay, jetzt hängt es gerade ein bisschen. Generell ist das sowas, dass ich immer parallel sowas immer weiter gespielt habe. Weil ich wissen, wie es weiter geht. Aber das extra für euch nicht jetzt, ne? Damit auch wirklich alles so hui, ne? Für mich frisch ist. Jetzt haben wir die Musik wieder. Oh, ist die so cool. Wir bauen das nächste Mal vielleicht einfach noch ein bisschen weiter oder ich gehe einfach mal gucken. Ja, wir haben ja dann auch nicht so viel entgegenzusetzen, wenn jetzt bei Kälte unsere Ausdauer noch weiter eingeschränkt ist. Also dementsprechend muss ich mal gucken, ne? Jetzt wäre eigentlich die perfekte Zeit, um weiterzubauen.